Das ist doch mal was für die Bullen am Aktienmarkt, denn der deutsche Aktienindex steigt mit einem Gewinn in die neue Börsenwoche ein. Liegt aktuell bei 9.043 Punkten mit 35 Zählern oder 0,4% im Plus. Im Hoch waren wir heute schon mal bei 9.053 Punkten unterwegs und das ist ja dann gar nicht mehr so weit entfernt. Vor dem erst in der vergangenen Woche erreichten Allzeithoch von 9.070 Zählern. Gute Konjunkturdaten aus China haben den Markt gestützt, aber darüber hinaus gibt es auch Spekulationen, die zum Ende der vergangenen Woche vor allen Dingen aufkamen auf eine möglicherweise bevorstehende Zinssenkung, Leitzinssenkung in der Eurozone. Ja, Sie haben richtig gehört aufgrund der Tatsache, dass die Inflationsrate jetzt doch deutlich zurückgekommen ist und insofern auch stark unter dem Zielkorridor der Europäischen Zentralbank liegt, die ja bei einer Inflationsrate von knapp 2% von stabilen Preisen spricht. Da sagt man, die EZB hätte Spielraum und müsste möglicherweise sogar tätig werden. Am Donnerstag werden wir dann alle schlauer sein, aber wir spüren entsprechende Marktreaktionen schon, zum Beispiel auch wenn wir uns den Euro betrachten. Denn dieser verliert zuletzt gegenüber dem US-Dollar an Wert, heute nochmals. Deswegen liegt er jetzt nur noch bei einem Dollar und 35. Darüber hinaus gibt es interessante Nachrichten zur Commerzbank. Denn Martin Blessing, der Chef der Commerzbank, der schließt eine Übernahme eines anderen Unternehmens. Also, dass ein anderes Unternehmen die Commerzbank übernehmen könnte, nicht mehr kategorisch aus. Selbstständigkeit sei kein Selbstzweck, sagte er sinngemäß. Und das heizt natürlich dann auch kräftige Diskussionen an. Allerdings liegt die Aktie der Commerzbank heute mit 0,2, 0,3% jetzt im Minus bei 9,42 Euro. Allerdings ist sie seit Anfang Juli bereits um mehr als 70% im Wert gestiegen. Sie erinnern sich, Anfang Juli im Zuge der Kapitalerröhung kam mächtig Druck auf die Commerzbank-Aktie auf. Und ehrlich gesagt hätte man da auch schon mal darüber sprechen können, ob sich denn nicht eine Übernahme dieses Instituts jetzt vor allen Dingen aufgrund des Preises lohnen könnte. Aber wie so oft kommen denn die Anleger dann erst drauf, wenn die Aktie wieder teurer geworden ist. So ist das nun einmal. Allerdings haben viele große, angeblich als Interessenten gehandelte Banken bereits abgewunken. Das Thema wird uns dennoch hier weiter beschäftigen. Interessant werden natürlich für viele Marktbeobachter dann die Zahlen der Commerzbank sein, die am kommenden Donnerstag veröffentlicht werden.